Willkommen bei Zauberbox TV. Mein Name ist Sebastian und heute haben wir ein Gewinnspiel für euch. Um genauer zu sein, verlosen wir etwas an euch und zwar einen Artikel, den wir schon auf diesem Kanal vorgestellt haben und der bei euch sehr gut ankam. Die Rede ist vom Ghost Glass. Wir werden ein Ghost Glass an euch verlosen, auch anlässig des 300 Abonnenten Meilensteins. Wo wir einfach Danke sagen möchten und deswegen gibt es diesen Zaubertrick für euch. Wer das Ghost Glass nicht kennt, schaut sich auf jeden Fall das Review dazu an. Wie gesagt, wir haben schon eins hochgeladen. Da gibt es alle Informationen zu diesem Kunststück. Wichtig ist auch noch, bevor wir zu den Teilnahmebedingungen kommen, dieser Artikel ist nur für Zauberer geeignet. Ein Nicht-Zauberer wird damit nicht seinen Spaß haben, weil er ihn gar nicht einsetzen kann. Das heißt, man sollte schon grundlegende Kenntnisse der Kartenzauberei haben, damit man das überhaupt verwenden kann. Die Teilnahmebedingungen sind denkbar simpel. Da wir das Ganze für unsere Abonnenten machen, solltet ihr natürlich Abonnent sein. Wenn ihr das nicht seid, dann holt es einfach nach und abonniert kostenlos den Kanal. Und das zweite ist, dass ihr unter diesem Video einen Kommentar schreibt. Mehr müsst ihr nicht machen. Also Abonnent sein, kommentieren und dann habt ihr schon alles gemacht, um an diesem Gewinnspiel teilzunehmen. Und in zwei Wochen werden wir das Ganze dann auslosen und einen Gewinner bestimmen. Das war ZauberboxTV. Bis zum nächsten Mal. Euer Sebastian.